Ja, hallo zusammen. Heute etwas später. Mein Video hatte heute den ganzen Tag viel zu tun und deshalb am Abend. Aber ihr seht, die Sonne scheint im Emsland. Es geht sehr gut. Heute kein Lied, sondern all wieder das beliebte Musik-Quiz. Der Marvin hat letztes Mal gewonnen, hat sein Präsent bekommen. Der ist hiermit ausgeschlossen. Und ihr seid jetzt dran, die richtigen Lieder zu raten. Und wer als erstes mir die Reihenfolge schickt, der bekommt wieder ein schönes Präsent von mir zugeschickt. Entnommen habe ich die Lieder aus meinem Fernseh-Bingo, was ich ab und zu mal mache mit Gästen. Nenn ich das Fernseh-Bingo. Da spiele ich mal einige Lieder raus. Auf geht's. Ich spiele die nur ganz kurz an, sodass ihr das eben hört und dann müsst ihr halt raten. Auf geht's mit dem ersten Lied. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer drei. Und Nummer vier. Und das letzte Nummer fünf. Nummer vier. 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 Alles schön im Walzerrhythmus, konnte ich alle fein durchspielen. Ja, so ein, zwei einfache sind da natürlich auch bei, aber einige müsst ihr auch ein bisschen bei nachdenken. Also, wer als erstes antwortet in der richtigen Reihenfolge, bekommt ein schönes Präsent. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen, euer Wolfgang. Tschüss!